Hallo, hier ist euer RobbenBoxer20. Es geht wieder live und unsensiert auf GRINDLAND im Deadmatch in Call of Duty Advanced Warfield. Und ja, mal schauen was wir machen. Und ja, wieder in Call of Duty fängt ab natürlich. Mal schauen was man da macht, wieviel Punkte ist, wieviel Kissen nicht. Und ja, ich mag eigentlich alle Karten nicht von dem Drecks Game. Irgendwie der Missgeburt da von mir einfach so ein Facelogo hat, wo ich nicht mal weiss was das ist. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mal 30 FPS Video. Oh, der Noob macht gerade einen Starter was ist da? Legende! Ich glaube dort oben rechts aber nein, links war er. Hallo! Bist du AFK? Hä? Bist du AFK? Hu, du bist ein Missgeburt! Weisst du was mich teilweise ab und zu aufregt auf YouTube und so? Die kleinen Kiddies die die eine oder eine Mobb Bumbe fällt herunterladet. Jetzt ist teilweise so behindert. Jetzt muss doch da irgendwo einer herum im Himmel sein. AHHHHH! AHHHHH! Da war einer. Hu, 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 hu! AHHHHH! Ja du Red Glitcher! IIH! Ich muss auf dem Boden liegen! sonst kann ich keinen Kill machen! Ich einfach das поinde abkiss! Ooooooh! Natürlich sehen wir meine Frazenkämen wieder. Alter! Die Map ist doch nie so gross, dass man da keinen Gegner findet. Ah, da ist einer. Als wäre es jetzt gewesen, wenn ich da oben wäre, aber so ein... Was probierst du? Sorry, schnell nachladen! Ich weiss, denke ich auch, von wo das die Gegner... Komm, ey! Willst du mich verarschen, oder was? Ich muss Headglitschen! Ich habe schon einen Knopf an meinem Kontrollen. Es nennt sich Headglitsch-Knopf. Ich habe mich gerade anliegen. Da hinten ist doch irgendein Pimmelberg. Ah! Ich habe es! Ja! Oh! Da ist einer, schau! Oh! Oh! Da muss ich jetzt aufpassen. Ist doch wieder der Headglitsch-Meister da? Ja, ja, ja! Ein CHP oder so ein Kack. Hallo! Können Sie bitte warten? Level up! Ich finde den Call of Duty Teil wie so amüsant. Nur halt, wenn du so kleine MP hast. Du musst halt immer nachladen, das ist halt der Gerät dreck. Warten Sie bitte! Schau! Schau! Schau, wie er immer hinschliegen muss! Weil einfach nichts kann ihm laufen. Ausser dann am Boden liegen und weinen, Mann! Schau! Alle deine Leute! Ha! Bitte! Niemand sieht ihn! Aber nein! Ich habe ihn gekillt! Feindliche Drohne über uns! Das interessiert mich so wenig wie ein Frosch-Immer-Quaken. Schau, wie er einfach dort schimmeln muss. Schau ihn an! Schau, dort unten ist einer. Schau, wie er einfach vorhin kommt. Schau ihn an! Schau ihn an! Davon war doch gerade so irgendein Spawn-Trapper. Dann geht's! Oh! Schau ihn an! Schau ihn an! Schau ihn an! Schau ihn an! Er ist so unnötig! Was soll er mal auspatchen in Call of Duty? Die verfickte Drohne. Verbrauchst du ja niemals! In Call of Duty. In diesen kleinen Gammel-Maps! Da habe ich schon gesehen dort drinnen. Ja. Verbündete Drohne über uns. Bibiibiibi. Hallo! Da irgendwo mal ein Gag. Der grösste Witz ist ja auch noch in Kalfiti. Es gibt Leute die campen um auf so kleinen Maps. Oh! Nein, laden! Nein, nein, nein! Nein! Kannst du einander hinter den Pfosten, du? Kleiner Drecksau. Feindliche Drohne über uns. Wie in die Vorräte da gerade runtergelutscht. Schau, den anderen! Ich will den Kill jetzt sehen. Schau, er hat mich nicht getroffen. Und dann fühlt es sich einfach geil, weil mit dem Schalldämpfer mich ein bisschen geschossen. Ich will den Kill. Ich habe allgemein Call of Duty nicht mehr so ernst nehmen wie früher. Wie willst du ernst spielen gegen so neunjährige Kids? Ich will das. Salut! Applaus! 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 Dinnen ist einer Mummerpimmler wieder. Ein bisschen hinter mir könnte explodieren. Ein bisschen hinter mir könnte explodieren. Freundliche Drohne online! Aufkaufungsdrohne eingesetzt. Ich schaue, ob sie eine Aufklärungsdrohne bringt. Hallo! Was hat denn das so einen Jump gemacht wie von Crysis 2 oder was? Alter! Der ist da rumscopen, Mann! Immer die Headglitcher! Könnt ihr bitte mal aufhören. Sollte es machen wie im Backcompany 2. Wo man sich nicht hätte hinlegen können. Weil dann ohne das hinlegen... Noob Feature würde es kein Camp das machen. Das Schiessen war jetzt etwas unprofessionell. Aber er ist darauf hingegeben. Und Sieg! Immer noch! Immer noch! Ein Bonus! Schau, der Fazit! Missgeburt! Ich habe keine Füße gelassen! Wege der wochenen China! Missgeburt! 18 zu 3! Und man sieht sich im nächsten Video wieder. Wo ich am gleichen Tag aufnehme wie jetzt. Und ja... Das sind Handschuhe. Wer braucht es so einen Kack? Din! 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 So! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ja! 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 Ja!